Ganz wichtig, die Knöterichbonbons und die pinke E-Gitarre. Da leitet man dem Kollegen das Auto und der geht direkt Passbilder machen. Ey, ich glaub's nicht. Raphael, was soll dat? Ich packe hier gerade ein paar Sachen zusammen. Und ich bin ganz ehrlich, so super legal sieht das auf jeden Fall nicht aus. Vor allem hier noch so mit dem Haargummi von der Emmy, so ein Kirschenhaargummi. Aber diese ganzen Sportsachen möchte ich hier auch irgendwie mitnehmen. It's up to you, New York, New York, New York.